Dieser Pfiff hat Wunder vollbracht. Otto Rehagel, ein Kind des Ruhrpots und der Bundesliga. Beinharter Verteidiger für Hertha BSC und den 1. FC Kaiserslautern. Als Trainer, Anführer... Sie müssen so marschieren, wie ich mir das vorstelle. ...und Legende. Unvergessen. Das Fußballwunder von Kaiserslautern. Er hat's geschafft. Der 1. Aufsteiger, der Deutscher Meister ist. Eine der größten Sensationen hiefte ihn in den Fußball-Olymp. Otto Rehagel, Fußballarbeiter und Trainerlegende. König Otto von Bremen, hast so lang und gut regiert. Aber was auch geschehe hier. Otto, finischt gut.